hallo und herzlich willkommen in einer neuen folge von let's play minecraft staffel 6 folge 259 müsste es jetzt sein ihr seht hier ein bisschen bisschen plan änderungen hier ich habe angefangen auch offscreen ein bisschen die ganzen wege bis zu unserer grenze ein bisschen anzupassen das bedeutet das ist immer kies super das bedeutet dass hier ein wenig umstrukturiert wird was das thema wegebau betrifft du müsst jetzt hier kiesel genau kommt dann auch eine stufe und eine stufe muss ich das alles ein bisschen umstrukturieren weil man ja über diese treppen ein bisschen arg dämlich da drüber kommt dass ich jetzt immer hier ein freier oder halbstufigen kommt und nebenbei sammeln wir dadurch auch noch ein bisschen erde und mit einem anderen seite anfangen so von hier so das ist richtig da müssen die zwei hier weg der muss weg der muss weg so etwas halb leeres inventar kann man sagen ja das passt so macht da ist man jetzt gleich auf deswegen sage ich jetzt mal so können wir das hier unten lassen ich lass das jetzt einfach mal so haben wir das erstmal geklärt dann hier hier müssen wir tatsächlich eine schicht wegnehmen die man dann hier wieder hinzufügen und hier hinzufügen dazu muss hier eine schicht weg da kommt dann erde genauso wie da und hier kann dann der kiesel haben wir jetzt verlust gemacht ja einen flint aber passt ja alles passt ja alles genau ich weiß nicht ob ich euch schon erzählt habe ich glaube ich bin ja noch gar nicht dazu gekommen ich habe ja ein paar wegbauarbeiten betrieben so ungefähr vor einer woche und unter anderem mal gucken hier drüben ist es auch schon nicht eventuell zoomen ja hier kommen wir dann rein und hier sind auch ein paar neue ortschaften die es sind euch wahrscheinlich unbekannt wie zum beispiel birgwinkel und tannenstein wirklich ist da und tannenstein also hier geht es nach birgwinkel und tannenstein ist da in dieser hochebene hier kann man ja mal hinlaufen hier müssen wir das natürlich auch noch ein bisschen angleichen überall noch mit stufen gearbeitet vor allen dingen diesen abschnitt wird es ein bisschen kompliziert werden hier als sehr steile runden geht jetzt zum beispiel besucherbergwerk zum eisernen bock müsste ich auch noch ein bisschen groß drin haben wir müsste ich groß drin haben und das habe ich auch schon mehr ein bisschen erde mit das brauche ich auf jeden fall ein paar ein paar stein stufen weil die brauche ich ich habe hier auch ein kleines problem wegen nacht hier so gruppe weg vom eisernen bock gehört zu birgwinkel und hier ist kein bett ne muss man zurück rennen hier ist ein bett sehr gut kannst du nachts schlafen hab den chat mal angelassen es kann durchaus möglich sein dass heute noch jemand hier hinzukommt immer noch nicht solange hier noch sonnenstrahlen sind ist es auch unmöglich wahrscheinlich und mit dieser musik kann man auch nicht schlafen merken wir oder irgendwie noch irgendwas nützliches was wir mitnehmen können ja hier komm jetzt kann man aber schlafen ja super hier werde ich dann noch schienen setzen sie sind wir habe ich jetzt nicht mit aber egal haben unsere äpfel die wir essen was anderes zwischendurch wir haben eine meine steaks sind alle beziehungsweise nicht die steaks sondern ist die steaks sondern die na sag schon hühnchen 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 genau das hier muss noch zusammenwachsen dann ging es darüber hier kommt eine brücke hin immer den fackeln netz folgen so lange das hier hoch oder ich habe keinen plan irgendwie hier hinten sind ja fackeln das ich hatte schon mal richtig aus die brücke das ist noch nicht das endresultat ach hier oben ist weg da haben wir weg gemacht da hört glaube ich hinten auch auf irgendwo ne genau hier wollte ich auch noch stufen einsetzen ja wollte ich stufen machen seht ihr das? hier habe ich mich verschätzt wartet mal das kann man aber ganz einfach lösen indem wir das so machen so haben wir nicht so viel arbeit so dann können wir nämlich hier auch schönen trompelfach setzen bäm bäm super hier auch jetzt hier geht es dann auf eine brücke ach hier fehlt eine erde ist auch gut so so wir müssen alles sofort anpassen das ist ganz wichtig 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 was die grün ja das grasglock da ist die es sieht guck mal links äh gucklingerche panoramabröcke weil deswegen guckt euch die aussicht an hier vor allen Dingen mit diesem baum dieser Birke hier oben und man kann bis dort hinter gucken ganz weit hinter und in die richtung kann man auch über zweit gucken bis holstein wenn es möglich ist haben wir hier noch groß drin also erde fackeln hier lecker 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 schmackofatz genau hier hatte ich keine stufen die habe ich jetzt alle die überall noch weggelassen da geht es halt hier lang hier habe ich so ein bisschen terraformen müssen das schaut auch ein bisschen komisch aus also machen wir so das soll ja auch schöner sehen wenn es schöner sehen soll dann machen wir es auch schön so können wir auch noch was vormachen bam bam genau guck mal hier waren wir wieder sehr schlau hier haben wir es nicht beachtet hm so so ich glaube ich war hier doch noch auf treppen aus das ist gut möglich hier wollte ich glaube ich was in den berg schlagen oder? keine ahnung ich sollte immer mal so ein paar minen entstehen wo man so auf dem weg was rausholen kann was raus scheffeln genau das passt doch eher da kann man jetzt auch ganz einfach mein maus fehler regt mich so auf einmal zu mir gleich ein block übersprungen sondern noch mal noch mal wieder einmal gesprungen eine ganze zeit so ein bisschen scrollen merkte so ist keine richtung wohlgemerkt eine richtung in eine richtung eine richtung dass es gibt mir so ein bisschen gegen gegen den strich irgendwie das scrollrad das weiß ich nicht was das für ein problem hat aber ich mache in letzter zeit alles ein bisschen schwieriger auch dadurch auf flopsie was machst du denn hier draußen willst du uns was zeigen ich glaube flopsie möchte uns was zeigen ja wir folgen dir gerade die musik auch dazu da das war voller machen sie will uns was zeigen aber was was will sie uns zeigen flieg nicht so hoch mein kleiner freund denn die sonne brennt dort oben heiß wer zu hoch hinaus will der ist in gefahr du 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 wo ist denn ich höre es ist zu dunkel ich zicke meine fackel und nicht den abfüllen wo ist denn du 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 wo ist denn da 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 wo ist denn wo ist denn und ouch ich sollte mehr gesunde sachen essen ich glaube flaps die ein schaf herrlich zwei schafe versteckt euch oben aber ich glaube ich glaube sie ist einfach nur unter so einem baum seht ihr sie irgendwo ich habe hier nichts abgebaut vor allem ist hier ein stück erde achtung tief ist noch gleich mal markieren hier jetzt tief runter schöne gegend hier das problem die sonne geht gleich unter ich habe kein bett schnell zurück aber ich merke mir das hinten da war irgendwas schnell zurück guten tag genau und die die ortschaft hier die soll sich hauptsächlich um den anbau und weizenkümmel dazu ist er hier eine große fläche große fläche dafür unter anderem werde ich hier wahrscheinlich auch so ein bisschen kuh und schafzucht betreiben und esel und so ein bisschen bäuerliches zeug was in not wen jetzt eher nicht so willkommen ist was heißt nicht willkommen ist es schon willkommen nur ich möchte das dann doch ein bisschen städtlich dann auch alles einrichten deswegen also die farmen die bleiben natürlich alle dort wo sie sind schnell 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 die farmen bleiben auch alle dort wo sie sind aber ringsherum wird dann wahrscheinlich etwas modernere bezirke entstehen aber hier in dunklen rumlatschen bin ich ja noch gar nicht gewöhnt also wenn jetzt den rick auf dem server kommt der meckert mich aus aber ich hoffe es mal nicht hier habe ich überall block zu hoch gebaut schwimmen schneller aus ihr und spritte zum bett es geht nicht um sein apfel essen dann geht es wieder schnell schnell ich muss mir wirklich das bett mitnehmen ich habe das nämlich an der baustelle stehen gelassen wo wir jetzt hingehen übrigens die baustelle das ist hier die das besucherbergwerk zum eisernen block also wer hier ein bisschen sich eine etage weiter nach unten graben möchte das möchte ich aber auch hier nochmal irgendwo festhalten zwei schüler werden wahrscheinlich lang und zwar hier Prozent sind bett und umkleiden darum habe ich gedacht ist stehen bett und drin gut hier muss ich irgendwo ein schild aufstellen am besten hier so wie gelb hinweise ich nenne es mir hinweise hinweise keine strip meinen Prozent Prozent und uns hohen nur in der er oben nur die hier aufstellen Der Forschergeist und Klöppelarbeit helfen den Arbeitern Arbeitern bei dem Bei ihrem Irem Irem Das passt nicht drauf Bei Irem Tages Groß Tagesziel Bei Ihrem Tagesziel Zwei Fackeln links und rechts Zwei Fackeln links und rechts Und Ja, machen wir heute mal lange Sonntag oder? Langsonntag Der gute lange Sonntag Wir haben noch ein bisschen Zeit jetzt, ne? Also so, oder 5 Minuten machen wir noch, oder? Natürlich Bis zum nächsten Schlafgang, musst du dir erstmal alles vorstellen und morgen geht es dann weiter mit geballter Ladung Action Hier müssen wir noch weg machen So Geballter Ladung Action, das kann man jetzt übereinander tun, das nimmt sonst mit Tablerzweck Bäm Wie war das jetzt so? So Tun wir den mal hier unten anvisieren, bäm Das ist einfacher Super Das haben wir jetzt angepasst, da haben nur die Stufen gefehlt Hinten wahrscheinlich auch, da fehlen auch noch ein paar Stufen Und leichter Reiß mal ein bisschen hier Äh, hier, na Das hier Mh, lecker, lecker So Das hier Lassen wir erstmal Wir reisen jetzt erstmal Richtung Notwegen Mh, Schmackofatz Das ist so Mit gestreckter Axt natürlich Achse stärker als Schwert Mit gestreckter Axt Laufen wir Gehen not wehen Tut da, na 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 Nicht, 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 nur lieb Ja Ja Frag mich so richtig, so richtig fröhlicher, äh fröhlicher ist ein Tag heute schön Sonnenschein am Morgen der mir ins Gesicht scheint und dass ich fast nicht auf den Bildschirm gesehen ja hier ist geänderte Straßenführung der ging es sonst immer hier oben lang also hier ist das von hier jetzt genau ging es jetzt hier so gerade hier so gerade runter hier ging es so gerade runter das habe ich schon ein bisschen aufgeschüttet ging es dann hier so lang und hier so und hier stand noch so ein fetter baum und jetzt geht es einfach hier so gerade runter so ein bisschen angeschrägt und so ein bisschen gerade das runtergeführt das gefällt mir ein bisschen besser kommen wir zu den örtlichen Blumenheider ich weiß nicht ob wir da schon mal fahren im örtlichen Blumenheider und die hat sich einiges verändert zum letzten mal wo ich das durch wahrscheinlich gezeigt habe Blumenheider spezialisiert sich übrigens auf die Rotebeete Zucht genau dann geht es in die Richtung nach Notwein weiter und hier in der heiligen Münden dann muss ich auch noch die Treppen ändern hier sind ganz viele Rotebeete Sachen super viele hier natürlich falle ich in so ein Wasser Ding hier ein genau so ein bisschen abgegrenzt aber ich finde das schon eine coole Sache oh ist ja ein Anzeigefehler seht mal und da ist es hoch seht ihr das seht ihr den Anzeigefehler ich habe einen Fehler gefunden im System finde ich ja interessant guck mal den sieht man wenn man hier so vorbeigeht sieht man den auch habt ihr den jetzt gesehen ich kann es auch noch mal guck mal wenn man hier guckt guck mal hier hinten an diesen Stein und das seht ihr hier einen kleinen Buckel und ihr wisst ja warte mal das kann man am besten sehen wenn man hier jetzt drin steht jetzt kann man es noch besser sehen die dieses Blatt ist niemals ein Block hoch einen ganzen Block das ist meistens immer ein dreiviertelster Block wie das hoch wächst Rotebeete zumindest wenn man jetzt hier so vorbeigeht das ist so ein Anzeigefehler aber hier kann man es noch besser sehen weil das Feld ein bisschen länger ist ist ja lustig ist mir noch nie aufgefallen ist es euch schon aufgefallen schreibt es mir mal in die Kommentare das würde mich jetzt mal interessieren ob es euch das schon aufgefallen ist ach so kurz zu Heiligen Münden in Heiligen Münden liegt ist noch kein Weg hingebaut und das ist auch noch überhaupt nichts entstanden wo ist der Wegpunkt komm zeig dich da da ist der Wegpunkt Heiligen Münden und hier seht ihr diesen braunen Knipsel da ist die Grenze zum Landkreis Moosaun Landkreis Moosaun ist der Landkreis von der lieben Anni und die Anni baut er im lieben örtchen Mooseck Mooseck und hier baut er Fasgard und hier gibt es eine kleine Umleitung eine minimale mit einer gewissen Sonnenstrahlung kann man die Schulter schwer lesen aber das ist mir eigentlich nicht so egal weil Hauptsache ich kann es irgendwie lesen weil wenn das nur so ausschaut dann würde ich den Schilder wechseln ja die Brücke die habe ich jetzt gebaut gestern auf screen mit diesem Weg hier wegen Straßenführung geändert und wie schaut die Brücke aus würde mich einfach mal interessieren so Stil aus den esmeraldischen Kulturen ja steht da da zuhauf so eine so eine Art Bauart und vor allem mit diesen mit diesen Zäunen das harmoniert miteinander beziehungsweise der Weg hier das ist ja eher so treibenländischer Baukunst ja genau und jetzt wird wieder Nacht und hier ist das Bett was ich mitnehmen wollte seht doch mal schöne Musik und die Musik erinnert mich an irgendwas aber dazu in der nächsten Folge mehr ciao meine lieben Freunde